Lernt man jemanden kennen, ist es manchmal schwer zu deuten, was er genau für einen empfindet. Wer hier komplett im Dunkeln tappt, sollte auf die Körpersprache beim Flirtpartner achten. Steht er mit verschränkten Armen leicht abgewandt oder zeigt er sich offen und wendet sich dir zu? Seine Körperhaltung spricht Bände über das, was in ihm vorgeht. Spiegelt er deine Bewegungen und deine Körperhaltungen, zeigt das sein Interesse. Macht er sich groß, steht er aufrecht und breitbeinig, zeigt auch das sein Interesse. Manche Männer rücken auch ihr Shirt zurecht, fahren sich mit den Händen durch die Haare oder entfernen Fussel vom Ärmel. Das alles zeigt, er putzt sich raus für dich. Sieht er dich offen und gerade an und hebt bei eurem Gespräch öfters mal die Augenbrauen? Klingt komisch, ist aber ein gutes Zeichen. Schaut er dir in die Augen oder in den Ausschnitt und ist sein Blick sanft oder eher starr? Sein Blick sagt mehr als 1000 Worte. Achte darauf.